Willkommen zu künftiger CryptoRentnet zum heutigen Video. Heute mal mit Breaking News zu Crypto.com und es könnte interessant werden. Viel Spaß beim Schauen. Kaum haben wir über Crypto.com gesprochen, schon kommen sie um die Ecke und hauen eine neue Ankündigung raus beziehungsweise eine neue Aktion und wir schauen uns mal an, wie sehr sich das Ganze lohnen kann. Selbstverständlich das Ganze weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas. Ganz wichtig, recherchiere nochmal selbst, schau auch in die AGBs und Co. rein, damit du auf der sicheren Seite bist. Wenn dir alles passt und gefällt und du Crypto.com noch nicht nutzt und zufälligerweise mich unterstützen möchtest, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung den Link, wo wir beide davon profitieren. Jetzt aber natürlich zurück zu Crypto.com. Was hat sich geändert? Und zwar, es gibt eine kleine Anpassung und eine Aktion bei den Karten. Wir gehen dazu natürlich hier einmal auf die Karten und wir müssen hier nicht lange scrollen, um das Ganze zu sehen. Und siehe da, dieser dicke Banner kommt, bevor wir die Karten sehen. Apple Welcome Pack. Ein kleines Willkommensgeschenk mit Aktionen von Apple beziehungsweise einem Cashback für dich. Dazu natürlich gleich mehr. Wir gehen einmal hier runter. Du siehst hier die Karten, auf die wir heute nicht weiter drauf eingehen werden. Aber was du siehst, es hat sich hier ein wenig was verändert und zwar bei der Ruby Steel hast du den ersten Monat keine monatliche Begrenzung und bei der Royal Indigo drei Monate. Also du kannst hier ein wenig mehr ausschöpfen, was definitiv die Karten ein wenig lukrativer macht. Es wird wahrscheinlich nicht die Welt ausmachen. Der eine oder andere schafft hier die Limits auch gar nicht. Für die, die es schaffen, weil sie oft und viel bezahlen, für die vielleicht doch interessant. Aber kommen wir jetzt mal zu der Aktion, wenn du noch keine Karte hast oder upgraden möchtest. Wenn du also hochscrollst, hier auf More About The Campaign klickst, dann kommst du auf diese extra Seite und du siehst, du bekommst 100% Rabatt auf Apple. Und das auf alles für eine limitierte Zeit. Artikel von heute, also wirklich Breaking News aktuell. Aktueller geht es nicht. Und jetzt fragst du dich natürlich, was kann das Ganze, wo ist der Haken, wie funktioniert das Ganze. Wir schauen uns erst einmal die Konditionen an, dann erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Wenn du dann die Ruby Steel hast, dann bekommst du 40 Dollar in Crow zurück. Wenn du die bessere Karte hast, also die Jade Green oder die Royal Indigo, bekommst du bis zu 800 Dollar in Form von Crow zurück. Und bei der Icy White oder Rosé Gold bis zu 5000 Dollar und bei der Obsidian Black bekommst du bis zu 20.000 Dollar zurück. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich ganz simpel. Du hast hier die Anleitung Schritt für Schritt. Schaust dir gerne in Ruhe nochmal an. Und zwar funktioniert das Ganze so, du musst natürlich erst einmal wissen, welche Karte du haben möchtest, beziehungsweise welche Karte du hast. Du musst mindestens die Ruby Steel bestellen, beziehungsweise mindestens dann eben eine Kartenstufe höher upgraden, wenn du das Ganze möchtest. Du benötigst dann logischerweise auch Token, beziehungsweise die Menge an Kronos, um diese Kartenstufe erhalten. Freischalten zu können, dann aktivierst du deine Karte und sobald du deine Karte hast, hast du 30 Tage Zeit, online oder eben auch vor Ort bei Apple einzukaufen. Was kannst du einkaufen, was darfst du einkaufen, am Ende des Tages ist es egal. Wie du weißt, ab morgen gibt es die neuen MacBook Airs. Du kannst aber auch hingehen und alte Produkte kaufen. Du kannst auch hingehen und eine Hülle kaufen. So wie es sich für mich darstellt, ist es komplett egal, was du kaufst. Wichtig ist nur, dass am Ende des Tages als Rechnungsstelle Apple dasteht. Also wenn deine Abbuchung auf der Karte durchgeführt wird, es eben von Apple durchgeführt wird. Sprich, wenn du hingehst und sagst, ich kaufe mir ein iPhone 14, dann kann es sein, dass es gerade 799 Euro kostet. Nagel mich nicht fest, ich habe nicht nachgeschaut und dann bekommst du 799 Euro im besten Fall bzw. Dollar zurück in Form von CRO und hast so gesehen dein Handy komplett kostenlos bekommen. Natürlich kommen wir gleich auch nochmal zum Fazit. Jetzt fragst du dich, du hast was gekauft, wie geht es weiter? Und zwar der letzte Punkt, nachdem du den Kauf getätigt hast, kann es bis zu drei Monate dauern, bis du eben hier deine Auszahlung bekommst. Und dann hast du sie und hast eben die Möglichkeit, mit den Kronos zu machen, was du möchtest. Du siehst, die Aktion läuft bis zum 2. April, du musst es also nicht heute machen. Und wichtig ist, sobald du die Karte hast, 30 Tage. Aber schau dir das Ganze gerne nochmal an. Du findest auch hier unten nochmal die ganzen Konditionen und alles. Lies es dir bitte in Ruhe durch. Nicht, dass du am Ende enttäuscht bist und es dann doch nicht funktioniert. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Logischerweise kann ich es nicht ausprobieren, weil ich habe schon die Royal Indigo und werde leider nicht upgraden auf die nächste höhere Stufe aus mehreren Gründen. Hier hast du auch noch Beispiele, wie funktioniert das Ganze, wenn du noch kein Kronozer bist. Also im besten Fall über den Link unten in der Videobeschreibung anmelden. Dann dir eine Karte aussuchen, Kro kaufen, dann eben staken, damit du die Karte hast. Und dann kannst du im Endeffekt schon losshoppen. Und wenn du schon eine Karte hast, dann musst du eben schauen. Es geht nämlich hier auch darum, wie viel Kronos hast du nachgekauft. Wenn du sozusagen upgradest, ohne was zu kaufen, dann bekommst du auch nichts. Lies es dir nochmal gerne hier in Ruhe durch, damit es sich lohnt. Wenn du hingehst und sagst, 800 Euro brauche ich eh nicht, sollte nur ein Apple TV werden für 160 Euro, dann kann es sein, dass du sagst, okay, passt, mache ich. Und dann hat es sich für mich gelohnt. Vielleicht noch oben drauf die AirPods. Schau, was du eben brauchst. Aber lass dich natürlich nicht durch die FOMO zu irgendeinem sinnlosen Kauf verleiht. Kurz zum Fazit. Ich finde es wirklich spitze, dass Crypto.com endlich mal ein wenig auf die Kacke haut und die Werbetrommel rührt. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen hier definitiv anzieht und lockt, weil es definitiv einige gibt, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Karte von Crypto.com zu holen. Vielleicht sogar auch die nächsthöhere Stufe zu holen. Und mit diesem Anreiz kann es sein, dass es den einen oder anderen, der sich unsicher ist, auch dazu verleiten wird. Die Ruby Steel, brauchen wir nicht drüber reden, kostet in Anführungszeichen nur 350 Euro und du bekommst 40 Dollar zurück, wenn du Spotify noch abziehst und den Willkommensbonus von meinem Link. Dann ist das Ganze gefühlt umsonst. Kann man mitnehmen den Prozent. Bei der Royal Indigo bzw. Jade Green muss man schon eingefleichter Crypto.com Nutzer sein, es gerne machen, vielleicht auch mit den Rewards arbeiten, damit man hier noch mehr Prozente bekommt. Und dann sind eben diese 800 Dollar definitiv auch gern gesehenes Geld. Die anderen Karten brauchen wir nicht drüber quatschen. 5.000 ist der Hammer und 20.000 sowieso ist die Frage, ob man bei 350.000 Euro in so einer Karte überhaupt überlegt, was man mit 20.000 macht. Aber von den Reichen lernt man es sparen. Dementsprechend auch hier definitiv, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ich bin mal auf dein Fazit, dein Feedback gespannt. Wie findest du die Aktion? Ist es gut? Ist es schlecht? Würdest du was ändern? Gerne alles in die Kommentare reinhauen. Und wie gesagt, nochmal, bevor du das machst, schau bitte in die ganzen AGBs rein. Lasse die auch von mir aus von irgendeiner App übersetzen, damit du hier alles richtig machst. In dem Sinne, hoffe ich, das Breaking News Video hat dir gefallen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, zukünftiger Krypto-Rentner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.